Hallo und aber dann herzlich willkommen zurück bei Watch Dogs. Wir sind hier in unserem kleinen Versteck außerhalb der Stadt glaube ich und jetzt gehe ich mal wieder raus ins Freie. Wir haben 5 Uhr morgens, denn ich habe so lange geschlafen. Ich muss sagen, sieht wie sehr gemütlich aus, hier mitten im Wald so ein Ding aufzustellen. Finde ich ja sehr recht gemütlich, muss ich sagen. Finde ich super. Und guckt euch mal 5 Uhr morgens diese Stadt an. Schöner Ausblick. Also hier hätte ich auch so gerne so ein schönes ruhiges Versteck. Das finde ich nämlich super. So, unsere Aufgabe. Ich gucke erstmal Kampagne. Jetzt sollte ich erstmal die weiteren CDOS Kontrolltürmer hacken. Wäre eigentlich eine Option, nicht wahr? Ja. Hier steht schon ein Auto bereit. Keine Songs. Eigentlich will ich nur Radio hören. Ich möchte wirklich erst diese ganzen Sachen hacken, damit ich Kontrolle zur Stadt habe. Oder damit es ist wie zuerst der Dess-Sec Kontrolle zur Stadt hat. Na komm, weg hier. Ach. 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 Total Chaos. Aber egal. Nichts ist für uns Spiel. Ich muss Sachen hacken. Ach. Ach Mann, aber es macht so viel Spaß, für Chaos zu sorgen. Mio. Mio. Das Feuerwehrfahrzeuge auch hier rumfahren. Das wundert mich sehr stark. Normalerweise kenne ich das nicht anders. Na, da ist nur Feuerwehrfahrzeuge. Normalerweise feiern. Feiern. Fahren. Nur Feuerwehrfahrzeuge. Doch, wenn es wirklich irgendwo brennt, die kommt dann aus dem Nichts heraus. Aber das ist dann einfach so, hätte ich gedacht, auch hier rumfahren. Dann sind die auch mit diesem komischen CTOS-System ausgestattet. So, das ist ja knapp. Nicht verbunden. Na ja, sind wir es. Ich hänge mich so in das System rein. Und da ausmusik. Und nach rechts. Aber es waren keine Polizeiautos hier rum. Das finde ich interessant. Kein einziges Polizeiautos hier unterwegs. Das war jetzt die Masse-Karen-Bollage. Boah. Boah, ich will keine zünnesten zur letzten. Entschuldigung. Boah. holding. Hach, war schön. Hollywood trinken hier einen Kaffee. Ich verzehe dich hier. Das ist schon gut. So, wie komme ich hier rein? Wie komme ich an das System ran? Ich gehe mal außen herum. Was ist denn bitte in Chicago? So. Besitzer steckt die Kamera. Was? Wie wegen Drogenbesitzes verhaftet. Ah, wir haben ihn. Geschafft. Was ist mit dem hier? Egal. Jetzt möchte ich noch zum Zerweren kommen. Hm. Hm. Du kannst es nicht alle umlegen. Aber in dieses System rein. Ich bin im City US verbunden. So. Wie komme ich jetzt? Aha. Da habe ich die Waffe. Aha. Hast du die vielen schon? Du bist sicher. Überwachst du den Verbrechen? Okay. Hm. 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 Kamera. Wer ist mit einer gläsernden Regierung statt gläsernden Bürger? Ja. Hört auf eure Macht zu messen. Ich bin Heklast Chopped dran. Scheiß drauf. Das ist ein Mythos, oder? Vielleicht ist es ein Mythos. Vielleicht nicht. Okay. Okay. Mach die Augen auf, ihr seid auf die Waffe. Ich hätte schwören können. Ich bin 100% durchsichtiger, meine Lieben. So. Wenn ihr Brunthaus verkaufen, unsere Waffe. Wir können mal gucken, wie die Waffe ist. Ja. Mach die Augen auf, ihr seid auf die Waffe. Ich bin 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 auf die Waffe. Überwachung ist Verpflichtung. Keiner hat Blumen gewählt, aber wie wäscht man eine Firma ab? So wie kann ich jetzt? Od... Unsere Waffe liegt in unserer Amtszahl, darum beobachten sie uns. Hört auf eure Macht zu missbrauchen. Keine Spione, keine Bücher. Leute wach auf! Wir sind von eurem europärenden Regierung stattgebernes Szymon. und verstärken rufen das kamera ich brauchte ihn mit dem unsere macht liegt in unserer anzahl darum das ist echt nicht oh man geht denn hier alles kaputt so wo ist der typ wo ist der typ denn moment habe ich die habe doch bestimmt entschuldigung gerade genießt doch ich hatte doch so ich bitte gerade genießt von hier oben habe ich ein besseres schussfeld der ist tot der auftrag ist noch offen will jemand hier kommt verstärkung also verstärkung kann ich mich ducken wo 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 neue fahrzeug geführt war wo 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 so viel geld mein gott mit wo 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 wenn ich mich nicht mehr hat wenn die ich jetzt mal er an die asche nicht immer auch kein was geld geben kann ich auch nicht da ist der automat hat so viele leute hintereinander gelegt 80.080 dollar 80 80 nice nice wer ist das koffe 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 der starbucks dieser stadt ich komme jetzt da rein ich will dieses system hacken seine eigene frau veröckert ich zitiere so der wäre tot der wäre tot Ich brauche noch einen guten Träfer. Wow. Ich brauche echt Hilfe. Wir dran. Mist. Oh. Mist, ich könnte jetzt hier gestoßen. Oh, verdammt. Ich brauche ein bisschen mehr Mist. Das ärgert mich. Ich hatte doch einen Schalldämpfer. Hütet euch vor einer Regierung, die sich um alles kümmert. Sie nimmt euch alles weg. Wo bleibt der Datenschutz? Wo bleiben unsere Rechte? Oh. So macht man das. Am liebsten. Die Regierung verspült für uns. Oh. 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 Okay. Was ist das? Oh, ist auch viel besser. Oh. Scheiße. Jawohl. Fast alle Soldaten sind down. Oh, Wachen. Verdammt. Nein. Ich hatte fast alle Soldaten Wachen, meine ich jetzt. K.O. gehauen. Das mache ich nochmal. Das hat so gut geklappt. Das hat so gut geklappt. Das mache ich nochmal. Okay. Was ist das? Das geht nach. Das geht nach. Das hat so gut funktioniert. Ja. Wer hält ihr? Ja. 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 Danke für den Zugangscode. Ah, scheiße. Mist. Verdammt. Offenbar sind die alle hinterher. Wo ist der Bastard? Siehst du ihn? Ich glaube, er ist weg. Ja, ich bin weg. Nichts zu sehen, ich geh weiter. Nichts zu sehen, ich geh weiter. Alles sauber. Alter, wie viele Leute sind das? Ah, scheiße. Das hat aber so gut funktioniert gerade, das hat so gut funktioniert. Mist. Was ärgert mich jetzt, dass das alles so gut funktioniert? Ups. Ich habe mich vergessen, einzusteigen. Mist, das hat so exzellent funktioniert. Was ist nur diese Puzzle-Daten? Na komm. Na komm. Es braucht nur ein Arschloch, um Macht zu missbrauchen. Mit dem CTOS wird das noch einfacher. Erledigt ihn. ätig gewalt. Oh. Mit dem CTOS wird das noch einfacher. Oh. 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 Oh nein. Oh. Oh nein. Oh. 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 Letzten Standort des Ziels erreicht! Schieße weiter! Rettet den vierten Verfassungszusatz! Steht aus! Los! Oh! Ich will nicht der Nächste sein! Oh! Unten bleiben! Oh! Wir brauchen jeden verfügbaren Mann! Nimm eine Granate! Hey, Witzel! Komm aus! Wir machen einen Deal! Verdammt! Wer macht einen Abflug? Ist du, Tänkchen! Wenn du nur! Ihr schießt auf Passanten! Ah, super! Ah! Ich wollte nur ein bisschen hacken! Okay, Mission gescheitert! Verdammt! Aber ich probiere es noch einmal in der nächsten Folge! Bleibt mir gewogen! Und bis morgen! Ciao! Und bis retro! Ich darf nur machen und strangely verpassen!